Willkommen zurück, Sniper Elite 3, Zahler 11, Weplay Oldschool, das ganze Gelaber kennt ihr ja, wie aus den anderen Folgen. Beim letzten Mal haben wir hier Tresor-Informationen geholt und nun sollen wir verschaffen die Kombination für den Tresor. Achso, das war das. Wir müssen jetzt ein bisschen rüberrennen. Das reicht, wenn wir hier außen rumrennen. Ah, das hat doch wieder bestimmt irgendwas Gemeines. So einfach lassen die uns da nicht hin. Hier rüber springt er nicht. Ich könnte wetten, das hat einen Haken. Wo ist denn überhaupt mein blauer Assi? Der blaue Assi ist weg. Zurück. Hier haben wir Granaten noch, wie sie sammeln. Oh, das war ja klar, war. Eine, zwei, ja. Oh, die haben zwei Sterne. Was heißt denn das? Elite. Passiv. Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir nirgendwo hin? Eigentlich könnten wir Elite hier einfach wegbauen, mein Minister. Boah, wo geht's denn da schon wieder rein? Komm ich denn nie ungesehen da rein? Da ist ja noch einer. Ach, scheiße. Na, ah. Boah. Markier den. Noch so ein Elite-Wichser. Wie soll ich denn da? Wenn hier keine Ablenkung kommt. Ich sehe absolut nichts. Ich sehe absolut nichts. Oh, guck mal, da läuft einer. Hm. Hm. Alter, scheiße. Ich trüpp. Ficken! Hm. Komm ich ja nur da lang. Der eine hängt da drinnen. Alter, scheiß drauf. Ich knall euch einfach ab. Rennt der jetzt da drinnen lang? Nee, der rennt wieder raus. Okay. Oh, Gott. Das wird nix. Oh Gott, Mama! Oh Gott, renne doch! Willst du mich doch verarschen, warum sind denn das immer so viele? Ach Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo ist denn der hin schon wieder? Oh Gott, da ist ein Sniper. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Warum sollte das Spiel auch mal einfach sein? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Nein, nein, je wahr sein. Das ist nur ein Frontschwein. 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 Darf ich den töten? Ich schaffe die Kombination. Das ist nur ein Frontschwein. 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 Brauer? Brauer! Brauer! Ach nö, oder? Brauer! Warum muss ich mich denn immer mit so einem verfickten Panzer anlegen? Brauer! 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 Das ist eine Schwachstelle. Brauer! 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 Hm. Hm. Ich würde ja interessieren, ob der ja ständig rumfährt. Quacke. Hände! Äh, warum sind denn da Leute? Schnellen! Das war's für heute. 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 Und ja, Leute. Wie's weitergeht. Beim nächsten Mal, war's. Haut rein. Euer Zahner Elf. vom Replay Old School.